Hier ist Electric Drive. MG hat die ersten Bilder des Konzeptfahrzeugs MG Cyberstar präsentiert. Das Fahrzeug soll Ende des Monats auf der Shanghai Autoshow deportieren und fällt völlig aus dem Raster. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, dem YouTube-Format zum gleichnamigen Printmagazin. Der auffällige zweitürige, zweisitzige Sportwagen erinnert tatsächlich an die Tradition der Marke MG und nimmt eine Reihe von Styling-Anleihen beim klassischen MG B-Roadstar. Den würden wir uns gerne genauso auch in unsere Garage stellen. In drei Jahren, also im Jahre 2024, feiert die Automarke MG einen 100-jährigen Geburtstag. MG steht übrigens für Moros Garage. Das bevorstehende Jubiläum sei eine gute Gelegenheit von einer Verbindung zwischen der alten und der erneuerten Marke MG zu träumen. Mit dem Konzeptfahrzeug MG Cyberstar, welches vom Team des MG Advanced Design Center in London entwickelt wurde, zeigt die Marke ihren sportlichen Anspruch und lotet gleichzeitig die Möglichkeiten eines zukünftigen Sportwagens aus. Die Front des MG Cyberstar zeigt die klassischen runden MG-Scheinwerfer, gepaart mit einem schlanken Kühlergrill-Design sowie interaktive Magic Eye-Scheinwerfer, die sich beim Einschalten öffnen. Ein weiteres auffälliges Detail ist der sogenannte Laser-Gürtel-LED-Streifen an der Seite des Autos und die Kontur der Tür, die der Richtung des LED-Streifens folgt. Die zweistufige Schulterlinie soll die dynamische Haltung unterstreichen sowie die großen Vorder- und Hinterräder betonen. Am Heck sorgen die LED-Rückleuchten, welche flach in das Fahrzeug integriert wurden und ein digitales Bild projizieren für einen glänzenden Abschluss. Der Cyberstar sah ein kühnes Statement, der stark in die Zukunft von MG blickt und sich auf das Erbe beruft. Das vermeldet der Hersteller. Die Sportwagen seien das Lebenselixier der MG-DNA. Wir können nur hoffen, dass er auch irgendwann zum Leben erweckt wird. Der MG Cyberstar soll mechanische Leistung und intelligente Technologie in sich vereinen. Der Konzeptsportwagen soll über eine intelligente, vollelektrische Architektur verfügen, die eine Reichweite von 800 km und eine Beschleunigung von 0 auf 100 kmh in weniger als 3 Sekunden ermöglichen soll. Ein weiteres Feature, was viele Autohersteller scheinbar derzeit noch verschlafen, der Cyberstar wird über 5G-Konnektivität verfügen. Weitere Infos erwarten wir nach bzw. während der Shanghai Autoshow, die vom 21. bis 28. April 2021 scheinbar tatsächlich stattfinden kann. Wir selbst werden aus bekannten Gründen uns die Fahrzeuge nur virtuell ansehen, aber was uns jetzt interessiert, wie gefällt euch das Konzept, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.